Eine junge Frau, die ein ganz normales Leben leben möchte. So gefällt es mir schon viel besser. Wir waren doch schon beim letzten Mal per Duo, oder? Ja. Dass man da niemanden verurteilt. Dass man nicht mit dem Finger auf die Figuren zeigt. War noch nicht. Mach ich das laut? Nein, nein. Du hast alles richtig. Wenn Sie wählen müssen, zwischen dir und der Gesellschaft. Sie werden sich nicht für dich entscheiden, oh Mann. Doch. Die Lola für die beste weibliche Hauptrolle geht an Sibel Kekili. In dem Film Die Fremde. Hab keine Angst vor nichts, ok? Ich will mit Cem hierbleiben, Mann. Geld verdienen, arbeiten, zur Schule gehen. Weil ich mich eben für das Thema engagiere, gegen Ehrenmorde, gegen häusliche Gewalt. Wie bei diesem Projekt, es gibt wenige Projekte über Ehrenmord sowieso, aber auch wenige, die eben versucht, alle Seiten zu verstehen. Und das war mir natürlich persönlich sehr wichtig. Ich bin immer bei dir. Liebe Produzenten, liebe Regisseure, ich weiblich, von Berufschauspielerin, Spielalter vielleicht noch 23 bis 30, bin an guten Stoffen interessiert. Bitte, entweder mich heute ansprechen oder anrufen oder meine Agentur Wasted Management. Ich mache alles. Kleine Rollen, große, ich weiß nicht. Aber bitte nicht nochmal vier Jahre, sechs Jahre warten. Also nein, ich habe natürlich dazwischen gedreht. Also aber, ja. Ich will arbeiten, ich will drehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin gegen Nazis, weil ich finde, das nicht unser Aussehen uns zu guten oder schlechten Menschen macht, sondern unser Handeln gegenüber den anderen. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020